Die Nacht vor Game Shakers Es war die Nacht vor der Aufnahme und auf dem Set spazierte eine junge Dame. Das wird so nett! Mit Licht und Lametta war das Set geschmückt. Diese Hütte ist fett! Und als Benji Shell sah, war er entzückt. Kree fand ein Plätzchen und kuschelte sich ein, umgeben von Donuts. Oh ja, das ist fein. Doch dann, welch ein Poltern, es kam von der Türe. Ho, ho, ho! Benji erschrak und dahin war der Friede. Doch Kree juchzte voller Vergnügen. Wollt ihr eure Geschenke kriegen? Sogleich gab Kel seine Geschenke aus. Benji bekam Muffins, Kree ein Burgerkissen frei Haus. Danke, Kel! Du bist der Beste! Für mich nur eine Niete? Hier, nimm doch die Reste. Mann, du schuldest mir Miete! Fröhliche Feiertage. Mann, du schuldest mir Mieter. Steig. Ich bin Mälder. Intag. Ich bin Mieter.